Ich glaube, du darfst mich erschrecken, gerade am Anfang, da legt er wahrscheinlich los die Feuerwehr. Aber die Frage ist ja auch, wie lange kann er das Tempo halten? Denn Sascha Huber wiegt natürlich auch einiges mehr als Felix. Alles ist aber auch sauber ausgeführt. Ich glaube, hat man schwer beeindruckt. So etwas hat er noch nie gesehen. Sascha, die Hälfte der Zeit ist um. Auch ein Sascha Huber muss pumpen. Boah, das blieb ich noch mal. Noch 30. Was geht da? Bisschen Zeit ist doch noch. 10. 3. 0. Ah, man zieht das von Pedro. 6. 2.